Ein gutes Geschäft erkennt der ehrgeizige Tycoon mit einem Blick. Das Wissen um Angebot und Nachfrage ist hierbei der Schlüssel zum Erfolg. Nur durch kontinuierliches Wachstum verlieren sie nicht den Anschluss. Doch sie sind nicht der Einzige auf dem Weg an die Spitze. Wettbewerber und öffentliche Institutionen kämpfen ebenfalls um Markteinteile und Einfluss. Nur wer die Zeichen des Wandels erkennt und flexibel agiert, kann einen überraschenden Niedergang des eigenen Unternehmens verhindern. Doch Vorsicht! Auch eine komplett neue Firmenstrategie kann an einer mangelhaften Infrastruktur scheitern. Und unbedacht platzierte Industrieanlagen schaden ihrem Ruf, während sich einst treue Kunden und Handelspartner abwenden. Mit vorausschaubarer Verkehrsplanung auf der Straße, zu Wasser, in der Luft und auf der Schiene ist all das kein Problem. Und eine geschickt initiierte Imagekampagne stellt ihren Ruf im Nu wieder her. Schon bald sind ihre Waren wieder beliebt und die Nachfrage steigt. Die einzige Frage, die bleibt. Was produzieren sie als nächstes? Als aufsteigender Großunternehmer ist ihr Handeln von Wachstum geprägt. Und wer weiß, welche neue Geschäftschance der nächste Tag schon bringen wird. In Rise of Industry.